Karsten... Karsten tut immer so, er geht so oft auf Mutter und whatever, aber dann wenn man... Das stimmt, ich geh nie auf Mutter, du ***. Ne, ich geh auch nicht auf Mutter, ich lieg auf deiner Mutter. Digga, komm weiter, die steht nicht auf Schlaus mit Laus. Ne, aber die steht auf Schlaus mit Manni. Ne, ne, Manni bei für Arme hat sie nicht so Bock drauf. Ne, aber das ist ja lange her. Außerdem hat sie Angst, dass du sie mit ihrem Fortnite trifft in ein anderes Paralleluniversum. Ja, wär doch mal schön, Digga, weg von dir. Ja. Ja.